Let's get it. Wir spielen das 80-Share-Item. Das ist das hier, ne? Okay, ich bin gespannt. I will camp top. Aber die Vayne wird das Spiel nicht spielen dürfen, ne? Also Level 1, ich muss ja mal gucken, ne? Level 1 bin ich noch sehr useless. Wenn du zu Hause sitzt und auf ein Paket wartest und es einfach beim Nachbarn abgegeben wird, ist es wirklich eine Tragödie. Das höre ich gerne von meinem Supporter, iCamp Toplane. Äh... Arschgeile Nummer. Der hat jetzt sein First-Time-Ash ausgepackt, weil er sehr unzufrieden mit der Situation ist. Ash ist jetzt schon gebrochen, 100% ist er vollkommen korrekt. Vollkommen korrekt. Also bei uns werden die Pakete eigentlich immer gut zugestellt. Also ich habe von richtig vielen gehört, dass die schon Probleme mit den Paketen haben, aber... Oh, da lang zu gehen, ist tragisch. 10% der Pakete werden gut zugestellt. Ich habe wirklich keine Probleme damit, ne? Also bei uns werden die immer bei uns abgegeben, also bei uns wird geklingelt, dann irgendwo abgestellt, wo wir es halt aber auch vereinbart haben mit denen. Und dann bei den Nachbarn abgegeben. Also manchmal abgestellt, manchmal abgegeben. Aber es wird jedes Mal geklingelt so. Also... Ich habe wirklich... Ich habe null schlechte Erfahrungen mit Paketdienst. Ich habe gerade eine Mail bekommen, das Paket unterwegs ist, aber schon seit Montag im Paketshop liegt. Ist natürlich eine Tragödie. Wie helfe ich ihm jetzt hier beim Last-Hit denn? Gar nicht. Actually, können wir gucken, ob wir ihn engagen können. Jo, wer hat nochmal... Wer hat nochmal Jarvan geflamed? Jarvan Support geflamed? Irgendwer? Hat irgendwer was dagegen gesagt? Anyone? Was kaufe ich mir denn für Items? Absolut keine Ahnung. Also, was ich dem gerade gesagt habe, ne? Falls ihr das nicht mitlesen könnt. Ich habe gesagt, dass ich einfach immer für Engages auf Botlane schaue. Oh, der Gragas ist, glaube ich, hier. Dass ich durchgehend für Engages auf Botlane schaue, weil wir jeden Engage gewinnen, wenn ich meine EQ-Combo hätte, ne? Hmm... Die Wave ist gerade sehr groß, ne? Okay. Also, da war sie nicht on the same page mit mir, ne? Ich weiß nicht, ob Gragas around ist. Ich werde mal für ein Roam gucken. Arschgeile Nummer. Es ist fucking Jarvan Support auf Master und wir gewinnen die Lane. Ich liebe es einfach nur. Ich liebe es einfach nur. Ich liebe es einfach nur. Ich weiß gar nicht mehr, was... Was baue ich denn? Redaktion. Die Enemy Vayne ist schon am trollen. Nice. Eine Enemy hat slain. Ich resh einfach mal Deadman's Plate. Das passt schon. Es ist fucking Javan support man und wir stompen botlane es ist zu gut es ist wirklich zu gut Es wird so geil jetzt jetzt gleich werde ich die look so weg pfeffern es wird ehrenlos meine freunde es wird so ehrenlos hä warum nicht warum und ziehen nicht einfach auch mann das war jetzt gar nicht so cool ich wollte sie einfach holt ist in ordnung pia grüß dich schönes da bist man das war jetzt gar nicht so cool jetzt haben wir sie einfach noch mal getötet aber ich wollte dass wir sie so richtig zermatschen so richtig matschepampe aus ihr machen das wäre geil das war flash auf der lux wir gehen es einfach noch mal botlane wie zerstören die so ich hab so bock da drauf und Hm. Ja, ich werde mal mit schären. Geil, Mann! Das ist einfach nur schön. Ja. So. So. Und jetzt werden wir die Kaiser einfach nochmal umrennen. Die hat halt Ult ab. Das ist so ein kleines Problem. Aber ich renne da trotzdem einfach drauf. Viel hat sie auch. Ja, so eine Ult zu verschwenden ist wirklich nicht das wahr. Ah, da kann ich nicht rein. Ah! Ich werde in die Mitte gehen. Ich werde die so wegpfeffern aus dem Leben, ey. Die wird keinen Spaß mehr haben. Was ist jetzt mit ihm auf einmal? Junge, ich boxe dich kaputt. Komm mal lieber ran auf den Meter. Willst du Ulten, Uri? Du hast gar keine Ult ab, ne? Schade Schokolade. Ah! Scheiße! Ah! Hilfe! Ah, nee, das war's nicht. Mh, mh, nee, nee. Nee, das war's auf keinen Fall. Mh, nee, das war's nicht. Schade. So, okay. Einmal wieder... Ja, Lally, Sin muss einfach wieder Bot kommen. Ich will den... Oh, nochmal richtig aufs Maul hauen einfach. Richtig schön reinfetzen. Und diese Ward ist auch ganz geil eigentlich. Die Luxe wird hier irgendwo sein, ne? Die Luxe wird hier irgendwo sein, ne? Wann macht die denn? Hä? Hä? Hä, was ist denn das für einer? Wann war denn jetzt sein Auftrag? Wann war denn jetzt sein Auftrag? Mh, nee. Schlecker größer Rossmann. Junge hat Schlecker nicht zugemacht? Oh, starker Sidestep, aber. Ich bin einfach tot, lol. Oh, well played. Oh, close. Ey, da ist ein Gegner, Bro. Ah, das war es jetzt nicht, ne? Das war es jetzt nicht. Haben wir beide ein bisschen geintet. Das sieht so geil aus mit Ash, wenn die Attack-Speed hat. Direkt ein War-Jump hinterher. Ah. Du bist wie ein High-Five, denn du bist nichts als ein Ab-Klatsch. Aber war ganz schön stark gespielt vom Gragas, du. Hör mal, du. Hör mal, du. Aber ja, gar nicht mehr so schlecht gespielt, ja. Gehen wir da mal rein, Junge. Richtig reinrennen jetzt. Der Gragas ist hier auf den Raptoren. Tschüpp, tschüpp. Hab ihn. Hab ihn. Domcy, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, und jetzt, wisst ihr, was ich mir jetzt kaufe? Ich kaufe mir jetzt hier diese Scheiße mit Serpent's Fang. Damit ich die Lux-Schilde kaputt mache. Und Barrier. Actually, ist das gut überhaupt? Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich auch egal, ob es gut ist oder nicht, ne. Hauptsache in die Fresse. Entinden wir jetzt eigentlich alle? Es ist ja gar nicht mal so gut, ne. Wir hauen der so aufs Maul. Das wird ehrenlos. Einfach Guse für Arme, wirklich. Schön nochmal ins Gesicht getreten. Arschgeile Nummer. So. So, kurz ein bisschen Deepwater setzen. Bisschen hier, bisschen da. Bisschen Plans nehmen, ne. Ich hole mir schon mal hier das erste Anti-Heal-Ding. Ich weiß gar nicht, was ich für ein Item-Build jetzt mache. Ähm, was gibt's denn so für Mythics hier? Ah, so Solari ist wahrscheinlich schon nicht schlecht, ne. Solari. Ich könnte mir auch Even-Schroud holen, aber ich glaube nicht, dass das so geil ist. Eiskalt. Ah, ah. Eiskalt. 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 Na, ich werde auch der jetzt wieder so ins Maul treten. Er kann, ach so. Also, die braucht halt nur ulten, die Ash. Also, sie hat danach geultet. Aber die ist ja, die Vayne ist ja hier gefangen. Und dann ultet sie da rein. Und dann ist die Vayne tot. Wenn sie dann rausflasht, mache ich halt mein Ding auf und kann rauslaufen. Und dann, Trey, kriegen wir einfach einen Flash for free. Ah, das war jetzt, ne. Sie hat ja sogar gesagt, sie spielt für gute Ulz. Aber davon sehe ich gerade wenig, muss ich sagen. Ne. Davon sehe ich gerade leider wenig. Wenig gute Ulz. Können wir ein bisschen Minions sharen hier? Sie hat nicht gesagt, sie spielt für Ulz. Oh, ich bin auch einmal noch weiter reingelaufen, ey. Kurz einen Panikmoment bekommen. Ich, ich glaube, actually, ich gehe Sonjas oder so. First Item jetzt. First Item Sonjas wäre das Ding, ja. Sonjas wäre das Play gewesen. Ich glaube, ich kaufe jetzt sogar Sonjas. Weil, also, ich werde jedes Mal reinulten. Äh, man spielt auf Support Jarvan sogar Sonjas first. Weil ich halt immer reinulten werde. Und dann drücke ich einfach Sonjas, um Zeit zu holen. Hm. Äh, das hier ist Master. Das hier ist Master Elo. Ja, wir müssen jetzt aber auch mal das Game beenden hier, ne. Dann zwöltert hier noch eine knappe Kiste. Die Gegner scalen sehr gut, ne. Vayne, Kaiser, Wladimir, Lux, alles gute Scaler. Imagine, imagine, man, haha. Habt ihr gesehen, was ich meine? Genauso muss ich es machen. Und dann ist sie auch einfach dead. Das ist jetzt ein bisschen riskant. Hier könnte der Kragas drin stehen. Oh, ich habe keinen Marder, um rauszukommen. Arschgerle Nummer. Ja, ich sollte E-Max spielen. Das ist, das ist true. Q-Max ist nicht so, ist nicht so gut. Ja, wir kriegen eine Cloud Soul. Okay. Ja. Als Master Spieler fühle ich mich gefrontet. Wenn du das Gameplay hier siehst, meinst du? Weiß ich jetzt nicht, wieso. Ich spiele Jarvan Support als Jungler und wir haben die Lane gestompt. What do you mean? Äh, Visuals. Danke dir übrigens für den ersten Primes ab hier bei mir, ne. Kuss geht raus. Sehr appreciated. Danke dir für den Support. Ich muss mein Share-Item hier noch aufkriegen. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Aber wir sollten jetzt, wir sollten, ich sollte auch nicht hier sweepen. Das ist useless hier zu sweepen. Ich sollte Topside sweepen. Wir spielen zum Nash nämlich. Ich sollte es. Okay. Oh, das ist ein guter Nash-Call hier. Ey, ich weiß leider nicht, ob die Vision einen Pit haben. Ich habe meine Pinkboot hier hingestellt. Falls der Gegner kommt, werde ich mich hier einfach reinstellen. Ja, der kommt halt nicht raus, ne? Nice Sache. Oh, ich kann resetten. Dann habe ich es wieder. Boom, bitch. Nice. Job-Support, meine Freunde. Let's go. Weil wir auch noch einen Asch natürlich trotzdem nicht, weil, also, die hat halt einfach, die war toxic, so. Aber. Support-Gap, so, ne? Report-Look-Support-Count. Why talk if you play like Silver? You are on my int-list. You are on my int-list. You are on my int-list.